Die Kinderzahnheilkunde ist ein wichtiger und vielseitiger Bereich der Zahnmedizin, der sich auf die Gesundheit und Pflege der Z.A.N.I. von Kindern konzentriert. In diesem Video werden wir darer ein Viertel BER sprechen, was Kinderzahnheilkunde ist und warum sie so wichtig ist. Kinderzahnie sind anders als die Z.A.N.I. von Erwachsenen und Benatigen daher spezielle Aufmerksamkeit und Pflege. Die Kinderzahnheilkunde befasst sich mit der Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von zahnarztlichen Problemen bei Kindern, angefangen von der Karisprävention bis zur Behandlung von Zahnfehlstellungen. Die Gesundheit der Milchzahnie ist entscheidend F.A. in Viertel R. die spartäre Entwicklung der bleibenden Z.A.N.I. Milchzahnie spielen eine wichtige Rolle beim Kauen, Sprechen und Latschellen und dienen als Platzhalter F.A. in Viertel R. die bleibenden Z.A.N.I. Daher ist es wichtig, dass die Kinder von klein auf lernen, wie sie ihre Z.A.N.I. richtig pflegen und Scha 1 Viertel 10 K. nehmen. Die Kinderzahnheilkunde umfasst eine Vielzahl von Behandlungen und Verfahren, darunter Prophylaxe, Fissurenversiegelung, Karisbehandlung, Zahnreinigung und Mundhygienieberatung. Der Besuch beim Kinderzahnarzt sollte bereits im Kindesalter beginnen, damit die Kinder fra 1 Viertel zeitig lernen, wie wichtig die Zahngesundheit ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kinderzahnheilkunde ist die Vermeidung von Zahnerängsten und Phobien. Viele Kinder haben Angst vor dem Zahnarztbesuch und entwickeln negative Einstellungen gegen 1 Viertel BER der Zahnmedizin. Durch 1 Viertel Hilsame und kindgerechte Betreuung kann ihn Kinderzahnerärzte dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und den Kindern die Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen. Die regelmaeige Vorsorgeuntersuchung beim Kinderzahnarzt ist entscheidend, um fra 1 Viertel zeitig magliche zahnarztliche Probleme zu erkennen und zu behandeln. Kinderzahne sind Anfalliger FA 1 Viertel R Caris und andere Zahnerkrankungen, daher ist es wichtig, sie regelmaeig zu kontrollieren und zu pflegen. Die Kinderzahnheilkunde hat auch eine präventive Komponente, die darauf abzielt, zu K1 Viertel neftige zahnarztliche Probleme zu vermeiden. Dazu geharrt die Beratung zu einer gesunden Ernährung, die richtige Zahnpflege zu Hause und die Verwendung von Fluorid zur Stärkung der Zahni. Die Zahngesundheit im Kindesalter hat nicht nur Auswirkungen auf die Mundgesundheit, sondern auch auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Kranke Zahne kann ihn zu Schmerzen, in Zahne ein Viertel endungen und anderen gesundheitlichen Problemen FA ein Viertel rennen, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität eines Kindes beeinträchtigen kann ihn. Die Kinderzahnheilkunde spielt daher eine essentielle Rolle bei der FA-Dehrung der Zahngesundheit von Kindern und der Vermeidung von zahnarztlichen Problemen im spartieren Leben. Indem Kinderfrau ein Viertel zeitig die Bedeutung einer guten Zahnpflege lernen und regelmaeige Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderzahnarzt durchfahre ein Viertel rennen, kann ihn sie ein gesundes Gebiss und ein strahlendes Latschellen erhalten. Insgesamt ist die Kinderzahnheilkunde von entscheidender Bedeutung FA ein Viertel eher die Zahngesundheit und das Wohlbefinden von Kindern. Eltern sollten daher darauf achten, ihre Kinderfrau ein Viertel zeitig zum Kinderzahnarzt zu bringen und sie in der richtigen Zahnpflege zu unterste 1 Viertel 10. Indem Kinder von klein auf lernen, wie sie ihre Zahnie pflegen und Scha 1 Viertel 10 K nähen, legen sie den Grundstein FA ein Viertel eher eine lebenslange Gute Mundgesundheit.